Dann wünsche ich einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum heutigen Webinar, wo es um das Thema Greylock-Installation und Konfiguration geht. Ich werde wie immer ganz kurz NetWaves vorstellen, wer wir sind, was wir machen und dann werde ich auch direkt in die Live-Demo einspringen, wo wir entsprechend heute mal die Grundinstallation von Greylock machen. Was ganz wichtig ist, wenn Fragen sind, irgendwelche Themen, dann die bitte einfach direkt in den Chat schreiben, dass wir entsprechend dann darauf direkt auch eingehen können, wenn dann irgendwelche Fragen oder andere Themen dann offen sind. Zu NetWaves an sich, wir sind Open-Source-Dienstleister mit Sitz im schönen Nürnberg, haben aktuell 98 Mitarbeiter und sind Ausbildungsbetrieb. Das heißt, wer auch einen Ausbildungsplatz sucht, sowohl im technischen Bereich als auch im kaufmännischen Bereich, kann sich da gerne an jobs.netwaves.de einen Überblick verschaffen, was wir haben. Und generell sind wir spezialisiert auf Open-Source-Software, auf sowohl die Integration als auch dann die Installation und eben entsprechend auch dazu dann Trainings und Support. Was wir als Produkte anbieten, ist relativ vielseitig. Das heißt, wir haben einerseits Isinga und auch dann Prometheus neu für das ganze Thema Monitoring. Wir haben entsprechend dann für das Configuration-Management, Puppet und Ansible im Portfolio, aber auch Themen wie eben Log-Management mit Elastic und Greylock. Zu Elastic haben wir ja schon eine Webinarserie gemacht. Jetzt beginnt heute eben dann die Webinarserie zu Greylock. Und darüber hinaus haben wir eine eigene Open-Stack-Umgebung, eine eigene Cloud, wo wir Kundenumgebungen hosten, sowohl direkt, nativ als komplett gemanagtes System, wo jeder Kunde praktisch einfach dann sich selber zusammenklicken kann, was er braucht, aber auch Infrastructure as a Service, Databases as a Service etc. Das findet man alles auf nvs.netwaves.de und natürlich klassisch Timeseries-Datenbanken mit Grafano und InfluxDB, aber eben auch allgemein Linux. Netwaves an sich ist sehr stark in der Community aktiv. Das heißt, wir haben auch entsprechend mit Isinga zum Beispiel sehr viel, was wir als Open-Source contributen. Das heißt, auch im Bereich Elastic oder Greylock, alles was wir machen, wird entsprechend dann, sofern es einen gemeinsamen Nutzen gibt, dann auch wieder als Open-Source veröffentlicht werden. Das heißt, beispielsweise bei Isinga kann man es bei Exchange Isinga.com sich runterladen oder direkt auf unserem GitHub-Account bzw. auf gitnetwaves.de wird alles dann wieder veröffentlicht. Und eben dann bei Elastic Greylock, sofern wir da was haben, gibt es auch entweder auf unseren GitHub-Account oder eben auf den offiziellen Stellen, wo man eben dann entsprechende Erweiterungen und Module herbekommt. Ansonsten, wir haben einen YouTube-Kanal, über den wir ja gerade auch live streamen. Das heißt, hier haben wir nicht nur dann die Webinare, sondern auch generell ein bisschen den Deep-Dive in verschiedene Open-Source-Themen, aber auch dann die ganzen Konferenzvideos zu verschiedenen Veranstaltungen, die wir organisieren, wie die Monitoring-Konferenz, die jetzt wieder im November stattfindet, aber auch dann beispielsweise die Stack-Conf, die dann immer im Frühjahr erfolgt. Wir bieten dann auch Schulungen an, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Das heißt, wir haben für die meisten Themen, die wir im Portfolio haben, entsprechend Einstiegsschulungen. Das heißt, damit jeder die Möglichkeit am Ende hat, sich erstmal grundlegendes Wissen anzueignen, um sicherzustellen, dass man mit den jeweiligen Tools auch umgehen kann, versteht, wie die Tools funktionieren. Aber dann natürlich im zweiten Schritt haben wir auch dann erweiterte Schulungen bzw. Workshops, wo es da ein bisschen tiefer reingeht, dass man am Ende sicherstellt, dass man auch das System selbstständig komplett erweitern kann und da auch dann, sage ich mal, weniger zum Beispiel auf Dienstleiste wie uns angewiesen ist, sondern nur bei Spezialthemen, die wir natürlich gerne dabei unterstützen, sei es jetzt im Support, mit Betriebsunterstützung oder Consulting. Und dann würde ich sagen, springen wir heute auch direkt in den Thema Live-Demo mit ein, wo wir eben dann Greylock installieren. Das heißt, heute geht es nur darum, Greylock die Installation zu machen und auch entsprechend dann die Konfiguration, dass man da entsprechend sicherstellt, dass das alles auch einfach dann sauber funktioniert. Was haben wir dazu? Wir haben zwei Sachen vorbereitet. Wir haben zum einen eine Greylock VM und eine OpenSearch VM. Wir erinnern uns, ich hatte ein Video gemacht bzw. ein Webinar gemacht, wo wir erklärt haben, Greylock, welche Komponenten gibt es? Und die Empfehlung ist, dass man nicht auf Elasticsearch setzt bei Greylock, sondern eben auf OpenSearch. Und da ganz wichtig, die 1.3 Version, nicht die 2.0, die wird von Greylock noch nicht unterstützt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall hier die OpenSearch Version 1.3. Das heißt, wir installieren sowohl Greylock als auch OpenSearch heute und natürlich von der Reihenfolge, Greylock braucht OpenSearch. Das heißt, wir fangen auch da direkt mit der Installation an von OpenSearch. Jetzt ist es so, wir haben den Ubuntu 22.04 LTS. Das heißt, es gibt hier Stand heute keine Pakete, um OpenSearch zu installieren. Das heißt, die gesamte Installation von OpenSearch wird über einen Torball gemacht. Wer ein Red Hat-Devi-Rad hat, der kann entsprechend dann die RPM-Pakete verwenden. Und wir haben dann hier, gibt es Red Hat-RPM-YAM-Installation. Die gibt es tatsächlich, aber auf Debian bzw. auf Ubuntu muss ich entsprechend die Torball-Installation nehmen. Was jetzt hier in dieser Installation ein bisschen tricky ist bzw. was relevant ist, wir haben hier jetzt einen kleinen Mischmasch drin, weil hier geht es auch darum in dieser Installation, dass man eine Migration von Elasticsearch auf OpenSearch macht. Und wir brauchen jetzt hier den Punkt OpenSearch-Installation. Das ist hier schön beschrieben, was man wie machen muss. Ich gehe das jetzt einfach mal komplett durch. Das heißt, wir holen uns als erstes mal das Target-Set-File von der OpenSearch-Installation. Wir haben hier unten unsere OpenSearch-VM. Da laden wir das Ganze rein und laden uns erst mal den Torball runter. Dann müssen wir natürlich die ganzen User anlegen. Das heißt, wir brauchen einen System-User mit dem Namen OpenSearch bzw. der Gruppe OpenSearch, damit wir das Ganze auch sauber durchführen können, weil wir, wie gesagt, hier alles komplett manuell machen müssen. Das heißt, Torball haben wir jetzt runtergeladen. Jetzt füge ich den User hinzu. Dann haben wir den. Dann stellen wir entsprechend die OpenSearch-Verzeichnis, das Lib OpenSearch-Verzeichnis und WarLog OpenSearch-Verzeichnis, damit wir unser Logging haben, aber auch natürlich unsere allgemeinen Daten, dass wir die da haben, für das ganze Thema legen wir entsprechend an. Dann müssen wir natürlich den Torball entpacken. Das machen wir einfach. Ich habe ihn jetzt hier unter Slash-Root einfach dann runtergeladen, dass wir einfach da sind. Dann schiebe ich diesen ganzen Ordner hier. Wichtig, OpenSearch-134 ist ganz wichtig, dass man OpenSearch-134 runterlädt. Sonst funktioniert es nicht. Das heißt, ganz, ganz wichtig. Dann verschieben wir den Ordner nach OpenSearch und dann, also wir benennen hier OpenSearch-134 nach OpenSearch um und dann schieben wir den OpenSearch-Ordner nach UserShare, dass er da entsprechend hinterlegt ist. Dann müssen wir natürlich entsprechend die Ordnerberechtigungen setzen. Das heißt, wir machen CH-R, User OpenSearch, Gruppe OpenSearch nach UserShare OpenSearch, WarLog OpenSearch und WarLib OpenSearch. Das heißt, das entsprechende OpenSearch-User und die Gruppe entsprechende Lese- und Schreibzugriffe darauf dann haben, dass das Ganze funktioniert und dann machen wir das Ganze noch entsprechend mit den allgemeinen Berechtigungen hier nochmal. So, dann haben wir das und jetzt müssen wir entsprechend hergehen und legen entsprechend einen OpenSearch-Service an, den wir entsprechend dann auch konfigurieren können beziehungsweise einrichten können. Das heißt, wir gehen hier einfach nach WIM, OpenSearch-Service. Ich mache das jetzt so, weil das funktioniert hier bei mir nicht sauber. Das heißt, wir kopieren diesen ganzen Block hier ab Unit bis hier runter, kopieren wir diesen gesamten Block und fügen den entsprechend einfach dann hier ein. Und somit haben wir entsprechend auch schon die gesamte Service-Konfiguration hinterlegt. Wir haben unsere Description, wir haben die Dokumentation, blibla blubb, unser Environment, Read-Write-Pass für Logging und so weiter und so fort. Das heißt, das ist hier alles entsprechend dann sauber konfiguriert schon, dass wir damit entsprechend auch arbeiten können, beziehungsweise im Umgekönnen. Ich mache Doppelpunkt X, speichern und schreiben und schließen und dann haben wir das zumindest fertig. Dann ist jetzt hier unten noch, das ist jetzt ganz relevant, hier ist es noch beschrieben zum Beispiel mit verschiedenen Sachen, was man wie tun muss, mit Elasticsearch, OpenSearch, wenn ich Sachen rüber kopieren möchte. Das heißt, wenn ich eine Migration jetzt mache etc., auch hier zum Beispiel, dass der OpenSearch-Ordner sauber hinterlegt ist. Das heißt, das kann man zum Beispiel nochmal hier machen, haben wir aber oben schon gemacht. Das ist nur darum, wenn ich jetzt hier die Sachen rüber kopiere, dass auch die Fallberechtigungen richtig sind. Das heißt, wenn ich eine Migration mache von Elasticsearch Richtung OpenSearch, dann muss ich hier mehr Schritte machen, als was wir jetzt machen. Dann haben wir hier jetzt entsprechend dann unsere Data Nodes und so weiter und so fort. Das ist jetzt relativ egal hier erstmal, weil das geht nur, wenn wir die Migration machen. Was wir machen oder was wichtig ist einfach, dass wir jetzt die OpenSearch-JAML, also die Konfiguration für OpenSearch, entsprechend anpassen, damit das alles dann passt. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal in Visual Studio Code rein und dann gehen wir hier auf User Share OpenSearch hier und dann haben wir hier unsere Config und haben hier die OpenSearch-JAML. Das ist jetzt unsere Konfigurationsdatei und in dieser Konfigurationsdatei haben wir jetzt einen Cluster-Namen. Da sage ich jetzt hier zum Beispiel, das ist die Greylock-Demo. Das ist mein Cluster-Name, weil es ja eine Demo-Umgebung ist zu Greylock. Dann gebe ich entsprechend den Node-Namen an. Das ist jetzt in dem Fall SalesNet OS. OS steht für OpenSearch in meinem Fall. Und dann können wir uns nochmal in die Dokumentation gucken, was hier hinterlegt ist. Hier gibt es den Action Auto-Create Index False, denn diese Option gibt es nicht in der Konfiguration. Die setze ich manuell einfach rein. Cluster-Name haben wir gesetzt. Dann gibt es diese Discover Seed Hosts. Die brauchen wir nicht, weil wir haben nur einen OpenSearch-Cluster. Was hier ganz wichtig ist in diesem Webinar, wir richten heute nur einen Greylock-Instanz ein und einen OpenSearch-Knoten. Natürlich ist es so, genauso wie bei Elastic, wenn ich eine produktive Umgebung mache, brauche ich mindestens drei OpenSearch-Knoten, damit ich das Ganze sauber durchführen kann, damit ich dann eine hochverfügbare Umgebung habe, damit das Ganze sauber läuft. Das heißt, wir suchen hier Initial Master Notes. Haben wir hier. Und da kopiere ich mir hier oben jetzt einfach dann SalesNet OS. Den Node-Namen kopiere ich mir hier rein. Füge das hier entsprechend ein. Node-Name haben wir schon gesetzt. Path Data ist Valib OpenSearch. Das ist das, was wir eben die Verzeichnisse angelegt haben. Wenn man ein anderes Verzeichnis hat, muss man das hier natürlich einfach dann einfach ändern. Das Gleiche machen wir für die Log-Dateien. ValLogs packen wir hier auch mit rein, dass wir auch sauber loggen können und sagen hier Plugin Security setzen wir Disabled auf True, weil den Security-Teil werden wir heute nicht einrichten. Der wird später dann gemacht. Network Host setze ich noch. Das heißt, wir machen hier die 111.41. Ist die IP-Adresse. Das heißt, wir lauschen einfach auf diese öffentliche IP-Adresse, damit er nicht auf Local Host läuft, auf einer falschen IP-Adresse, damit der Greylock dann später damit kommunizieren kann. HTTP-Port 9200 ist der klassische Host. Hier sind wir die Discover Seed Hosts. Brauchen wir nicht, weil wir wie gesagt nur einen Knoten haben. Und dann setze ich hier unten noch hin Plugin Security Disabled auf True. Was wir machen werden, wir werden noch ein Webinar im späteren Verlauf machen, wo wir uns genauer um das Thema Security kümmern und genauer um das Thema Security beschäftigen, wie man den Greylock beziehungsweise den OpenSearch auch entsprechend absichert, damit das Ganze sauber ist. Aber heute geht es erstmal einfach nur darum, das System ans Fliegen zu bekommen, damit erstmal alles da ist und alles funktioniert. Was wichtig ist, ist auch das Thema Clustering. Wie gesagt, OpenSearch relativ simpel. Drei OpenSearch-Knoten, damit man das Ganze produktiv hat. Für Greylock ist das ein bisschen spezieller. Da werden wir auch ein eigenes Webinar dazu machen, weil Greylock-Hochverfügbarkeit ist deutlich komplizierter. Da gibt es deutlich mehr zu beachten dann dabei. Das ist nicht out of the box einfach so relativ simpel möglich. Da werden wir einfach ein komplettes Webinar dazu machen. Weil da braucht man entsprechende Loadbalancer vorne dran. Man muss sich dann noch um andere Themen kümmern, nicht nur um Greylocks und auch um die MongoDB hinten dran etc. Also da steckt deutlich mehr dahinter und das werden wir in einem separaten Webinar einfach besprechen. Dann haben wir jetzt das soweit hier fertig. Das heißt, was wir jetzt einfach machen können ist, wir gehen nochmal in unsere Shell. Dann laden wir einmal den Systemctl-Demon neu, weil wir natürlich jetzt OpenSearch entsprechend installiert haben. Das heißt, wir sagen hier auch entsprechend Systemctl enable OpenSearch, dass er bei jedem System automatisch hochkommt. Und dann starten wir den OpenSearch dann auch. Somit sind wir dann auch entsprechend durch. Jetzt haben wir hier entsprechend dann einen Curl. Den können wir uns mal kopieren einfach. Sagen Systemctl, Status OpenSearch. Und das Ganze läuft, wie wir sehen. Und jetzt gehe ich mal her, nehme diesen Curl und mache jetzt hier einfach mal Localhost. Und dann sagen wir hier nicht Nodes, sondern wir sagen mal Cluster Health. und dann läuft hier nichts. Tel minus f war log OpenSearch, grey log, demo log. Dann schaut das an sich gut aus. Was wir jetzt nur noch machen müssen, Warte, Moment. 111, 41. Ah, so. Falsche IP. So. Ah, Telefon. Sehr gut. So, also. Localhost läuft natürlich nicht, sondern wir nehmen die IP-Adresse, auf der man läuft. Und jetzt sehen wir hier Cluster Name, grey log demo, Status Green. Wir haben Number of Nodes, Number of Data Nodes, Discovered Master und so weiter. Das heißt, wir sehen noch hier, er ist aktiv, er funktioniert. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich, wir haben hier eine Datei, die heißt JVM Options. Die ist auch unter User Share OpenSearch Config. Ist die entsprechend hinterlegt. Gehen wir in diese JVM Options rein und setzen das Ganze auf 4 Gigabyte. Warum? Die virtuelle Maschine von OpenSearch hat 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Das heißt, die Hälfte des Arbeitsspeichers von dieser virtuellen Maschine gebe ich entsprechend dann diese Java-Applikation, also in dem Fall OpenSearch. Und die restlichen 4 Gigabyte sind dann entsprechend für das System relevant. Und jetzt müssen wir OpenSearch noch mal kurz starten oder neu starten, damit das hier appliet. Und dann ist das Thema auch erledigt und haben auch dann sauber die Ressourcenverwaltung mit drin. Was hier auch wichtig ist bei OpenSearch, weil der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, wir haben jetzt eine Java-Applikation, aber wir haben ja gar kein Java installiert. Java kommt mit OpenSearch direkt gebundelt dann mit. Das heißt, man muss hier nicht entsprechend noch zusätzlich OpenJDK oder sowas installieren, sondern das kommt hier einfach gebundelt mit OpenSearch direkt dann mit. Das heißt, da muss man sich in dem Fall nicht darum kümmern, ich habe das nicht vorher installiert, OpenJDK, sondern es kommt einfach direkt mit. Und darum kann man das hier auch einfach so verwenden in dem Atemzug. Und jetzt gehen wir hierher nochmal und sagen System.ctl Restart OpenSearch. Und dann ist das Thema zumindest mit OpenSearch jetzt durch und erledigt. Das heißt, wir haben das schon mal sauber konfiguriert. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt und das ist jetzt Greylock. Das heißt, jetzt installieren wir einfach komplett Greylock auf dem anderen System, auch hier Ubuntu 22.04 LTS. Ist jetzt hier das Guide für 20.04 LTS, aber 22.04 LTS ist ähnlich. Es gibt nur eine kleine Änderung, die wir machen müssen. Und zwar als erstes, was wir installieren, HTTPS Transport, OpenJDK, UUID Runtime und PWGen brauchen wir. Was wir natürlich machen ist, wir installieren OpenJDK 11. Das heißt, hier steht nämlich Version Number mit drin. Das heißt, wir installieren einfach die Version 11, gehen hier oben unsere Greylock vor allem, apt install, apt transport, HTTPS, OpenJDK 11, UUID Runtime und PWGen. Das installieren wir. In der Zwischenzeit gucken wir hier unten. Cluster läuft, wie wir sehen, ist im Status Green. Das heißt, unsere Greylock Demo, der OpenSearch Knoten, der funktioniert. Heißt, darum müssen wir uns jetzt nicht mehr kümmern. Das passt soweit. Und wenn das jetzt installiert ist, das dauert jetzt ein bisschen, geht es natürlich weiter. Es gibt hier unten noch eine Option, dass wenn man irgendwas nicht installieren kann mit Paketen, dass man das Universe Repository noch mit hinzufügen muss. Dann sollte es gehen, wer dann Probleme reinläuft. Dann haben wir natürlich, brauchen wir für Greylock, brauchen wir eine MongoDB. Das heißt, die MongoDB laden wir entsprechend natürlich dann auch runter. Das heißt, wir fügen erstmal den Keyserver dafür entsprechend hinzu, damit wir dann MongoDB entsprechend installieren können. Dann machen wir hier, legen wir das Repo entsprechend an, dieses Repo-Verzeichnis, oder diese Repo-Datei. updaten unser Update-Repository, dass das sauber ist. Dann ist das fertig. Und dann werden wir entsprechend MongoDB installen. Diese Installation wird jetzt fehlschlagen. weil hier ist jetzt, und das ist ein spannender Punkt, der ist mit Ubuntu 22.04 LTS, tritt der auf, weil hier steht jetzt da, Mongos Server Shell Tools, hängt von LibSSL 1.1 ab, ist aber nicht installierbar, weil Ubuntu 22.04 LTS kommt mit LibSSL 3 mit, aber nicht mit 1.1. Das heißt, was wir jetzt hier machen müssen, wir müssen jetzt LibSSL 1.1 installieren, was man normalerweise dann so installiert, aber man sieht, es gibt ja kein Paket LibSSL 1.1. Das heißt, was wir jetzt machen müssen, wir legen entsprechend ein neues kleines Repo an, Echo Depp, Security Ubuntu Cop, Ubuntu Focal Security Main. und holen uns jetzt praktisch dieses Repo mit rein, in das Ganze. Weil wir kriegen jetzt aus diesem Paket, aus diesem Repo, können wir uns jetzt LibSSL 1.1 installieren. Und wenn wir das installiert haben, beziehungsweise das aktualisiert ist, können wir LibSSL 1.1 installieren. Wie man sieht, läuft jetzt sauber durch, ohne Probleme, ist damit durch. Und dann können wir auch wieder das Focal Security List, können wir auch wieder löschen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Und jetzt können wir ganz normal hergehen und können dann die MongoDB installieren, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten. Das ist der einzige Punkt, was der Unterschied zu LibSSL 1.1 ist, beziehungsweise zu MongoDB, oder was der Unterschied zu Ubuntu 22.04 ist, dass man eben das noch nachinstallieren muss, damit das Ganze dann passt. Jetzt ist er dann gleich mit der MongoDB fertig, da muss ich dann auch nicht mehr viel machen. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, wo wir jetzt anfangen, dann auch wirklich dann den MongoDB-Demon zu starten. Das heißt, wir sagen hier auch wieder Systemctl, Reload Demon. Dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass der MongoDB-D-Service enabled wird, dass er bei jedem Systemstart einfach automatisch wieder hochkommt. Und dann können wir den einfach starten und sagen auch hier Systemctl-Status MongoDB und sehen hier, Active läuft. Das heißt, MongoDB ist jetzt schon installiert, ist einsatzbereit. Hier wird es die Elasticsearch-Installation, das können wir komplett skippen, das brauchen wir nicht, weil wir haben ja OpenSearch entsprechend installiert schon mit der anderen Installationsguide, die wir hier haben. Das heißt, den Teil können wir komplett skippen und gehen einfach direkt auf Greylock runter. Was machen wir hier? Wir holen uns ein kleines Step-Package, was uns dann das Repo installiert für die Greylock-Installation, damit wir es aus dem Paketquell installieren können. Also damit wird einfach nur das Repository hinzugefügt, dass man es nicht manuell machen muss, ist jetzt einfach hier ein sauberes Debian-Paket. Dann updaten wir natürlich das Ganze hier. Klack. Und dann haben wir hier Upget Install, Greylock Server, Greylock Enterprise Plugins, Greylock Integrations Plugins und Greylock Enterprise Integration Plugins. Ich werde jetzt hier alles installieren, ohne die Enterprise Plugins. Das heißt, wir haben hier zurein erst mal die Open-Source-Variante, die wir installieren. Wir machen ein dediziertes Webinar, wo es komplett darum geht, dann auch Greylock Enterprise zu installieren, beziehungsweise auch später im Verlauf dann Greylock Security. Stand jetzt ist erst mal nur relevant, dass wir die Open-Source-Pakete alle da haben. Man kann die Enterprise-Pakete einfach nachinstallieren, das ist kein Problem. Das heißt, wir sagen hier einfach Upget Install, Greylock Server und Greylock Integration Plugins und gehe damit entsprechend da einfach direkt ins Rennen. Das heißt, somit haben wir jetzt Greylock installiert, wir haben Open-Search installiert und die ganze Basis an Paketen etc. ist jetzt erst mal da und müssen dann jetzt nur noch entsprechend die Greylock-Konfiguration dann anpassen, beziehungsweise da entsprechend die Greylock-Konfiguration dann anpassen, dass der auch dann mit unserem Open-Search kommuniziert. Jetzt haben wir hier die Thematik. Wir sehen das hier. Das ist Edit Configuration File, die, wenn jetzt gleich da ist, dann mache ich sie auch auf. Das heißt, wir geben hier immer unser Greylock rein. Das ist jetzt etc. Dann haben wir hier Greylock und dann haben wir hier die Server-Konfig. Und das ist jetzt relevant, dass wir hier ein paar Sachen machen müssen, ein paar relevante Einstellungen. Wir haben hier zum Beispiel eine Neuerung, das war früher, hieß das hier ist Master, jetzt heißt es ist Leader. Das heißt, das ist jetzt die primäre Greylock Instanz, die eben entsprechend da mit dem Open-Search reden und sich um das ganze Index-Management etc. kümmert. Wir haben dann hier ein Passwort-Secret und das müssen wir setzen. Das heißt, wir sagen hier PWGEN-N1-R690. Das ist einfach ein Key, der generiert wird, damit alles, was innerhalb der MongoDB geschrieben wird, auch verschlüsselt ist. Das heißt, man kann es dann nicht mehr einfach rauslesen, sondern wenn man diesen Key hier ändert, sind auch alle Tokens beispielsweise ungültig. Das heißt, mindestens 64 Zeichen brauchen wir. Wir machen jetzt hier 96 Zeichen. Das heißt, ich führe das hier unten jetzt einfach mal in der Shell aus. Dann habe ich diesen Key hier und den füge ich hier einfach ein als Passwort-Secret. Das heißt, damit wird jetzt alles, was in die MongoDB geschrieben wird, auch entsprechend verschlüsselt. Dann sage ich Root-Username, per Default ist das Admin. Das kann ich jetzt hier überschreiben. Ich nenne den jetzt einfach Greylock. Warum nenne ich den Greylock? Weil bei Elastic in meiner Demo-Umgebung heißt es Elastic. Bei Isinga heißt es Isinga. Darum nenne ich ihn hier einfach Greylock, dass es überall dann identisch ist. Und dann haben wir hier das Thema, dass wir jetzt ein Passwort generieren müssen. Das heißt, wir haben hier jetzt einen Befehl, minus end your password. Man kann das aber auch hier machen mit enter password, echo n, damit das Passwort nicht in die Shell geschrieben wird. kann ich mir das hier aus der Doku einfach rauskopieren. Füge das hier unten jetzt einfach ein, weil es näher an der Config ist. Insofern das funktioniert. Jetzt. So. Gebe ich ein Passwort ein. Das Passwort werde ich natürlich im Nachgang nochmal ändern. Das ist ganz klar. Aber jetzt für den Demo-Zweck ist das Passwort einfach Demo. Diesen Hash, den ich jetzt hier bekomme, den schreibe ich hier rein. Damit funktioniert das. Und jetzt haben wir entsprechend noch ein paar kleinere Konfigurationen, die wir machen müssen. Bindier, Datadier, Plugin, das lassen wir alles gleich. HTTP-Settings ändern wir entsprechend ab, weil wir wollen den Bind nicht auf Localhost machen, sondern wir wollen das Ganze auf die IP-Adresse machen, dass wir den von extern erreichen können. Das ist in diesem Fall die 111.40. Kriege ich raus mit IPA. Sehe ich hier, das ist meine IP-Adresse. Heißt, die trage ich hier einfach ein. Ich kann natürlich auch hier so eine IPv6-Adresse angeben, würde auch gehen. Aber wir nehmen jetzt hier einfach, dass er hier auf Port 9000 dann lauscht, auf diese IP-Adresse. Heißt, ich kann damit auch einfach dann später drauf, wenn das alles fertig ist. Dann haben wir die Publish-URL. Das lassen wir auch erstmal alles leer. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Auch die External-Greylog-Uri brauchen wir erstmal auch nicht. Da kümmern wir uns in späteren Webinaren nochmal dazu. Wir haben dann entsprechend noch verschiedene andere Einstellungen. Also wie man sieht, ist es unfassbar lange, was man hier alles konfigurieren kann. Auch HTTPS etc. Da machen wir ein separates Webinar dazu, wo wir das alles dann sauber einrichten und so weiter, damit das alles dann passt. Dann haben wir hier Elasticsearch-Hosts. Und das ist jetzt natürlich kein Elasticsearch-Host, den wir haben, sondern ein Opensearch-Host. Das heißt, auch hier ist es so, dass wir es mit HTTP jetzt machen. Also unverschlüsselt, ohne Security. Und hier geben wir jetzt einfach die IP-Adresse an. 111.41, Port 9200. Wenn ich eine Note habe, wo ich User-Passwort-Authentifizierung habe, schreibe ich das so. User-Doppelpunkt-Passwort, Add und dann den Note hinten dran. Dann würde das auch gehen. Das heißt, ich kann auch hier mit der Security entsprechend dann arbeiten, damit das Ganze sauber funktioniert. Also ich kann auch hier mit Authentifizierung dann arbeiten, damit das nicht alles offen im Netz drin steht. Aber auch hier, wie gesagt, kommt alles im Security-Hardening-Webinar dann nochmal. Dann haben wir verschiedene Einstellungen noch mit Connection-Timeout, Probe-Delay. Das kann man alles per Default lassen erstmal. Also da kann man natürlich das ein oder andere noch tweaken dann. Aber erstmal für die Grundkonfiguration, für die Grundinstallation, damit überhaupt alles mal funktioniert, reicht das erstmal. Es gibt zwei Einstellungen, die sind noch relativ relevant. Das ist einerseits Elasticsearch-Discovery-Enabled und Elasticsearch-Discovery-Enabled. Nehmen wir, das ist auch nicht der falsche Moment. Ich suche die anderen. Die kommen weiter unten erst. Also die ganze Elasticsearch-Discovery-Enabled, ich lasse die einfach mal gleich. Die brauchen wir nicht. Ich suche eine andere Einstellung gerade. Die kommt aber weiter unten erst. Das heißt, wir machen mal was anderes. Journal will ich. Wo ist das Journal? Ach hier. So, Journal is enabled, is true, das passt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Journal, was geschrieben wird. Das heißt, alle Messages, die nicht geschrieben werden, werden entsprechend auf Platte gespeichert. Und das Einzige, was ich jetzt hier unten noch mache, ist, dass ich sage Max Age 24. Das heißt, er hebt Journal für 24 Stunden auf. Und die maximale Größe des Journals ist 15 Gigabyte. Was heißt das? Wenn mein OpenSearch nicht funktioniert, schreibt Greylock alle Einträge entsprechend für 24 Stunden oder bis 15 Gigabyte lokal auf die eigene Platte. Und dann, sobald der OpenSearch wieder da ist, fängt er an, die Daten in OpenSearch niederzuschreiben. Das ist einfach eine Art Log, um sicherzugehen, dass eben keine Informationen verloren gehen. Das treibe ich noch ein. Und dann brauchen wir noch eine andere Option. Und das sind die beiden hier. Die sind unter diesem, auch unter Elastic Search. Das ist Allow Leading Wildcard Searches und Allow Highlighting. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Diese Optionen werde ich beide auf True setzen. Einfach damit wir dann im Verlauf der Webinare auch mal zeigen können, was das für Features dann sind, beziehungsweise was das für Vorteile sind. Was man beachten muss bei diesen beiden Funktionen, ist, dass die unfassbar ressourcenintensiv sind. Das heißt, stellenweise CPU-intensiv, aber auch deutlich memory-intensiv. Das heißt, wenn der gesamte OpenSearch-Cluster genügend Memory hat und auch die Ressourcen soweit passen, kann man diese beiden Sachen auf True setzen. Das heißt, Do you want Allow Searches to be highlighted? Das heißt, das ist einfach ein Highlighting Feature. Das kann man auf True setzen, frisst aber viele Ressourcen, muss man berücksichtigen, muss man beachten. Und das andere ist, dass man Searches mit anführenden Wildcards erlaubt. Das heißt, die Wildcards vorne dran sein können und nicht nur am Ende. Mache ich auch mal auf True. Aber wie gesagt, diese Option sollte man nur setzen, wenn man genügend Luft hat, genügend Ressourcen übrig hat, damit man das auch sauber nutzen kann. Weil ansonsten kann das einen durchaus die Performance kennen, vor allem, wenn man verschiedene User auch drauf hat, die einfach irgendwas filtern, irgendwas machen am Ende und dann der Kollege einfach dann den kompletten Elastic Search Cluster lahmlegt, weil er sich komplexe Suchen dann baut, sollte man ein bisschen einschränken gegebenenfalls beziehungsweise auch sicherstellen, dass halt da jeder weiß, dass das eben dann ressourcenintensiv ist beziehungsweise man da in keine Probleme reinläuft. Dann gucken wir noch mal kurz in die Doku hier rein. Hier steht jetzt soweit nichts mehr drin, außer dass wir jetzt den Greylock Service und so weiter noch aktivieren. Wir haben jetzt soweit auch alles fertig konfiguriert. Das heißt, wir haben unseren Elastic Search Zielhost konfiguriert beziehungsweise unseren Open Search Host. Das Schlimme ist, dass hier über Elastic Search drin steht, also davon nicht irritieren lassen. Auch wenn hier Elastic Search drin steht, Open Search funktioniert die Konfiguration dann genauso. Das heißt, wir gehen jetzt einfach her, starten den Daemon hier wieder neu, den System CTL Daemon, dann aktivieren wir den Greylock Server Service und wir starten den jetzt noch nicht, weil was wir jetzt machen ist, wir gehen noch mal ganz kurz hier rein und da gibt es dann entsprechend unter ETC Default, Greylock minus Server, gibt es auch hier wieder die OpenJDK Optionen und auch hier machen wir das gleiche wieder. Wir setzen hier das Ganze auf 4 Gigabyte, weil auch hier die Greylock VM hat 8 Gigabyte Memory, 4 Gigabyte Memory gebe ich der Java Applikation, also dem Greylock und die restlichen 4 Gigabytes sind dann für Linux und File System etc., dass das alles hier dann sauber ist. Darüber hinaus, warum machen wir das Ganze auf zwei VMs und nicht auf einer virtuellen Maschine? Das hat folgenden Hintergrund, Java kreilt sich dann entsprechend die Threads, die Ressourcen etc. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich diese beiden Java Applikationen in die Quere kommen. Drum ist einfach Best Practice, Greylock und OpenSearch voneinander trennen. Genauso wie wir Kibana und Elasticsearch getrennt haben, ist es hier genauso. Ich trenne Greylock von OpenSearch per se, damit das einfach dann sauber ist, sich dann nichts in die Quere kommt und da einfach keine Probleme entstehen. Und dann gehen wir einfach her und dann starten wir jetzt den Greylock-Dienst. Dann sagen wir hier Systemctl, Status, Greylock-Server. Dann sehen wir, der läuft. Dann sagen wir Tel minus F war Log, Greylock-Server, Server-Log. Und dann wird es jetzt ein bisschen dauern, weil er jetzt die ganzen Charts anlegt, das alles initial baut. Das kann ein paar Minuten dauern. Aber grundsätzlich macht er jetzt hier soweit alles fertig, lauscht dann entsprechend auf der IP-Adresse. Das heißt, wenn ich jetzt hier hergehe, 102.168.11.40, Port 9000, wird es ein bisschen dauern, aber sobald dann der Greylock hier sauber ist, wird entsprechend auch das ganze Admin-Panel geladen und ich kann mich dann einfach dann sauber anmelden. Und das ist eigentlich grundsätzlich schon mal die komplette Basisinstallation jetzt von OpenSearch und von Greylock. Das heißt, damit habe ich jetzt grundlegend erstmal ein System, was da ist, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich spielen kann, was entsprechend ich mit Logs befüllen kann, etc., um mir ein erstes Gefühl zu geben mit, wie funktioniert Greylock, was kann ich alles damit machen. Natürlich ist es jetzt weit davon entfernt, dass man das Ganze produktiv stellt, weil natürlich, wir haben weder Security irgendwie angemacht, noch irgendwo sichergestellt, dass niemand die Daten im OpenSearch irgendwie sich ohne Authentifizierung anzeigen kann. Das heißt, da fehlt noch relativ viel, aber das bauen wir jetzt nach und nach in den verschiedenen Webinaren einfach dann aus, dass man da einfach einen sauberen Stand dann am Ende hat und man damit auch dann arbeiten kann. Auch das ganze Thema Daten-Inputs werden wir jetzt heute nicht behandeln, sondern das kommt eben dann wie gesagt auch in folgenden Webinaren, damit wir das Ganze hier nicht komplett in ein, zwei Stunden Webinar dann machen, in ein, zwei Stunden Session, sondern es wirklich sauber trennen, sauber aufteilen. Jetzt gucken wir hier, wir sind schon da, das heißt wichtig ist jetzt, ich habe den Standardbenutzer geändert, der Standardbenutzer ist Admin, ich habe den Benutzer, wir erinnern uns, in dieser Server-Config hier oben entsprechend von Admin auf Greylock geändert. muss es nur gerade suchen, wo es ist, hier, Root-User-Name, Greylock, das heißt, wenn ich das hier ändere, der Default ist Admin, wenn ich das ändere, ist das der Benutzername, gebe ich hier ein, dann das Passwort, was ich gesetzt habe, Sign-In und dann bin ich auch entsprechend schon in Greylock drin und bin angemeldet. Jetzt ist es so, wenn ich das Passwort natürlich ändern möchte, mache ich wieder genau das, dass ich hier unten eine Schad 256, Checksumme-Bilde von meinem Passwort raus und dann dieses Passwort hier ändere, wenn ich mein Webfront und Passwort ändern möchte, weil in Greylock Open Source gibt es keine Active Directory-Integration, dafür brauche ich dann Greylock Operations beziehungsweise Greylock Security, ist in beiden dann beinhaltet, damit ich auch da mich an mein Ad anbinden kann. Aber wenn ich das Passwort ändern will, das Hauptpasswort, muss ich das einfach hier in dieser Config-Datei ändern. Das geht nicht über das Webfrontend. Und da sind wir auch schon. Dann haben wir hier Getting Started, Greylock, wir haben hier jetzt halt eine Zahl, there is a node without any running inputs, das heißt, wir haben praktisch noch keine Inputs definiert jetzt hier, weil wir nichts da haben und dann kriegen wir das auf jeden Fall entsprechend hin. und damit ist praktisch das Thema dann durch. Der Kollege schreibt mir gerade, dass meine Anmerkung zum Active Directory falsch ist. Da muss mir der Kollege dann kurz nochmal Input geben. Hat er mir gerade nämlich geschrieben, dass das falsch ist, dass das so nicht richtig ist. Ich bin mir aber sehr sicher. Ah, okay, das AD lässt sich anbinden, es gehen nur keine Teams und Gruppen gehen, nur die Benutzer lassen sich ziehen. Ah, okay, gut. Also es gibt Benutzer-Authentifizierung, dann korrigiere ich mich hier, Benutzer-Authentifizierung mit Active Directory funktioniert, die Gruppen funktionieren nur nicht. Okay, gut zu wissen. Also ich kann einzelne Benutzer ziehen, aber ich kann keine Gruppen machen, dafür brauche ich Greylock Operations beziehungsweise Greylock Security. Okay, gut zu wissen. Ich dachte, das ist komplett rausgeflogen, aber gut, nein, dann geht das. Create New Authentication Service, LDAP, Active Directory, dann geht das hier auch ohne Lizenz. Hervorragend, haben wir das auch geklärt. Also so können wir jetzt noch ein Active Directory dranhängen und dann würde das funktionieren. Und damit wäre das Webinar eigentlich an sich schon durch. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Greylock, wir haben jetzt hier wie gesagt nichts drin, wir haben keine Streams, wir haben keine Dashboards, wir haben nichts momentan hinterlegt, wonach man suchen könnte, aber prinzipiell ist das jetzt zumindest dann die Ausgangsbasis für die weiteren Webinare, die wir einfach entsprechend dann machen. Ich hatte ja in einem Blogpost schon geschrieben, dass wir da verschiedene Sachen vorhaben, das heißt natürlich werden wir jetzt versuchen, Systeme hier anzubinden, dass wir ein Dashboards bauen können, wir werden entsprechend auch mal gucken, wie kriege ich Daten jetzt überhaupt in Greylock rein, was muss ich damit tun, wir werden das Ganze auch absichern, dass ich nicht nur mit der IP-Adresse draufkomme, sondern auch mit einem FQDN, mit einem SSL-Zertifikat, dann ist das ganze Thema auch mal Greylock Operations, Greylock Security angucken, aber auch allgemein, wie baue ich denn Dashboards, wie funktioniert das, genauso wie wir es bei den Elastic Webinaren gemacht haben. Das heißt, wenn jetzt noch Fragen sind, dann die gerne noch einfache direkt stellen, das heißt, dann kann ich darauf noch eingehen und ansonsten wäre ich aber soweit mit dem Webinar durch. Setup, Installation funktioniert, es läuft alles, wie man sieht, auch hier unser Cluster funktioniert und da wir das auf der IP eben haben, kann ich natürlich auch hergehen und kann den von der anderen IP-Adresse abfragen, also vom anderen Host. Also das geht ohne Probleme und somit ist die Konfiguration beziehungsweise Kommunikation zumindest allgemein schon mal möglich. Da ich jetzt keine Fragen mehr im Chat sehe, gehe ich mal davon aus, dass alles soweit beantwortet ist. Wie gesagt, Ubuntu 22.04 LTS gibt ein, zwei Besonderheiten, die man beachten muss. Aber wenn man das Guide hier so durchmacht in diesem Webinar, wie es ich gemacht habe, ist das kein Problem und dann funktioniert es auch, wie man am Ende sieht. Hervorragend. Dann war es das auch mit diesem Webinar heute. Das heißt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir werden dann die nächsten Webinare dann noch announcen, wo es dann eben um die anderen Themen geht, die ich schon erwähnt hatte, damit wir da auch dann im Laufe diesen, aber auch nächsten Jahres dann alle Themen, Fragen etc. und Punkte auch detailliert beantworten und aufzeigen können. Auch das Thema, wie ich eben Greylock einen Cluster baue beziehungsweise was da alles für den Rattenschwanz hinten dran hängt. Denn es ist nicht so einfach, aber da machen wir ein dediziertes Webinar dazu, wo wir ein bisschen theoretisch drauf eingehen. Und dann sage ich jetzt einen schönen Tag noch, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020